Geschätzte Liebhaber von der wertvollen Abendunterhaltung das nächste Mal bei mir auf dem Sofa ist kein geringer als Johnny Fischer vom Gabaretti Vertimento Ja, und wenn ihr wissen wollt was machen wir, wenn wir nicht auf der Bühne stehen oder was habe ich in meinem Off-Jahr gemacht? Wie ist es bei den Schweizer Talent? Was gibt es sonst noch für prickelnde Neuheiten? Dann schaut! Das ist eine geile Sache! Ich freue mich!